Weil du wolltest ja auch noch ein Video machen, ne? Mit YouTube? Mit dem Gerät? Okay. So, Freunde. Ja, wir sind auf der Autobahn. Ihr habt es gesehen. Zehnhebritzen früh aufstehen. Wir waren jetzt eben gerade in Stückenburgschloss Holte. Das ist Nähe Gütersloh bzw. Nähe Bielefeld. Wobei, ich habe mal gehört, Bielefeld gibt es gar nicht. Und ja, wir haben unser Logo verewigt auf der Haut. Was mich sehr, sehr freut, was mein Cousin gemacht hat. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Einer von euch war auch noch da, der Christian. Sehr, sehr lieber Follower und Supporter. Danke auch nochmal dafür, dass du da warst. Wir haben wirklich nochmal knapp zwei Stunden miteinander gequatscht. Wir fahren jetzt auf der Autobahn zu Lawin Performance. Lawin hat uns nämlich angerufen bzw. der Ronny von Lawin Performance hat mich angerufen und hat ein Problem gehabt. Seine Keramik, die er vorher bestellt hat bei Waschguru, die wäre auch pünktlich angekommen. Nur das Tor war zu und der Postbote hat dann einen Zettel hinterlassen. Er kommt am nächsten Werktag. So, wir haben heute Sonntag. Morgen ist der 3. Oktober, das heißt Tag der Deutschen Einheit. Und ja, da ist natürlich kein Werktag, aber morgen muss das Auto raus. Das heißt, es muss heute noch beschichtet werden. Ich habe kurzum mit Josef geredet von Waschguru. Ihr kennt ihn. Und habe schnell das Code Ultima noch besorgt und das Vitro Ultima auf meinen Nacken. Und die Rechnung gebe ich natürlich genauso weiter an Ronny. Der bezahlt mir das. Ich fahre jetzt quasi oder bzw. ich habe jetzt noch 500 Kilometer vor mir in eine ganz andere Richtung zum Ronny. Und ich bringe ihm die Keramik. Ich beschichte mit ihm und Mabel zusammen noch das Fahrzeug. Und dann trinke mal gemütlich ein Feierabendbierchen. Werde noch was Schmackofatzen essen. Und dann wird der Tag auch gelaufen sein. Ich werde euch aber da komplett mitnehmen und werde ihm mal seine Halle zeigen. Vielleicht drehen wir ein kleines Interview. Wer weiß, was da alles noch so passiert. Je nachdem, wie wir Zeit haben. Ich werde da auf jeden Fall bei ihm pennen. Weil es wäre nicht verantwortungsvoll, gerade als Familienvater da jetzt nochmal nach Hause zu fahren. Und das sind von mir aus knapp 600, 700 Kilometer. Ich fahre heute schon über 700 Kilometer. Das reicht dann auch irgendwann für die Psyche und für den Kopf und für den Körper an sich. Deswegen, ich gebe jetzt Vollgas und wir sehen uns in einem Bruchteil der Zeit beim Ronny. Reden. So, die Autofahrt ist vorbei. Wir sind nach über 700 Kilometern endlich angekommen bei jemandem ganz Besonderem. Ich habe Ultima. Ja. Ich habe endlich Ultima. DHL war bei mir, aber die sind weiter gefahren. Also hatte ich kein Ultima. Dann musste ich den Johann anrufen und wie viele Kilometer bis ich fahren? 700. 700 Kilometer bis zu mir. Vielen Dank dafür. Aber ich hatte noch einen Tattoo-Termin. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Und ja. Was tut man nicht alles für den Service, wa? So, Autofahrt ist vorbei. Wir sitzen hier bei Ronny. Bei mir. Ronny, erzähl mal ganz kurz. Die Leute, also ihr werdet es auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal sehen. Ich verlinke ihn überall, wo es so geht. Warum bin ich jetzt hierher gefahren? Weil ich dich angerufen habe. Also ganz kurz zur Erklärung. Ich habe den Johann angerufen, weil mit Ultima ausgegangen ist. Ich hatte Ultima bestellt. Auch pünktlich wie immer bestellt. Ich habe bestellt einmal bei Waschgoogle. Aber der DHL-Mann, der ist hier vorbeigefahren. Weil das Tor hier vorne zu ist. Und hat sich gedacht, okay, ich nehme das Ultima wieder mit. Liefer das nicht beim Nachbarn ab. Sondern nehme es wieder mit und will das dann am nächsten Werktag liefern. Heute haben wir den 3. Oktober. Es ist also Feiertag. Also hatte ich kein Ultima. Und ich brauchte unbedingt Ultima. Um dieses Kraftfahrzeug hier ausliefern zu können. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich nichts drauf habe. Also war meine letzte Rettung eigentlich der Johann. Ich habe dich angerufen. Er hat gesagt, ich brauche Ultima. Und du hast gesagt, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und so ist das Ganze entstanden. Das ist ganz kurz zu erklären. So. Genau. Wir haben gestern noch hier mit dem Ronny und der Mabel beschichtet. Und haben ganz lange noch gequatscht gestern Abend. Ja. Haben uns natürlich viel zu sagen. Mehr gibt es eigentlich auch gar nicht. Großartig. Alles Weitere seht ihr bei Ronny auf dem Kanal. Ja, das Video werden wir jetzt fertig machen. Genau. Und ich werde dann gleich 600 Kilometer nach Hause fahren. Übrigens, das ist eine Ausnahme. Das ist wirklich eine Ausnahme. Nicht, dass da jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, mich anzurufen am Wochenende. Ich brauche Ultima oder sonst was. Das war wirklich eine Ausnahme, weil ich gedacht habe, komm, scheiß drauf. Ich hatte im Kopf, dass du mir mal gesagt hast, ich komme dich mal besuchen. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. So machen wir es. Ja, ich muss mich natürlich auch an dieser Stelle bedanken. Also das ist, das macht glaube ich nicht jeder. Weißt du. Das ist, es geht mir auch wieder so hier so ein bisschen. Ihr kennt ja so meine Gefühlsgeschichten, die unsere Videos gucken. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass es solche Menschen da noch gibt, die so selbstlos sind, sage ich mal. Sonst steckst du echt in der Klemme. Ich glaube, der eine oder andere kennt das vielleicht. Wenn er dann mal in der Klemme steckt, dann brauchst du eben diese Hilfe. Weil so kannst du das Auto nicht ausliefern. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich dem Comic jetzt erklären soll. Also warum das Auto nicht ausgeliefert werden kann. Danke dafür an dieser Stelle. Vielen, 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 vielen Dank für diese Hilfe. Ja, ich übergebe wieder an dich. Probleme sind da, um gelöst zu werden, sage ich nur. Alles klar. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Hauterei. Tschüss. Das war's noch nicht ganz. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Wir haben 17.05 Uhr. Ähm, ja. Ich bin um 11 Uhr losgefahren, da wisst ihr Bescheid. Berlin hat einen Scheißverkehr. Ähm, ansonsten, wir haben, äh, ich zeig's euch, 1.289 Kilometer abgerissen. Gestern und heute. Äh, ist schon ein starkes Stück. So, jetzt ist aber wirklich Schluss mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Haut da rein. Euer Johann. Du bist du bist. Ja. Ihr habt mehr Kunden. Ich bin unter anderem. Und dann habe ich hier raus. Du bist, ich bin bei meinem Team. Du bist, ich bin bei mir. Und du bist dauerst. Ich bin bei mir. Du bist dauerst. Vielen Dank.